das ist keine gute das war nicht viel aber aber durch seinen verständlichen ball war weggestoßen ich denke die werden mit der torsversinnung stark das soll stark ja Das wird sicher auch ein Anwert, aber meistens wenn einer über das halbe Feld rennt, ist das Tor auch dabei. Das finde ich eh dumm oder schade, dass sie die zweite ÖSI Liga nicht machen. Ich habe auch gesagt, theoretisch bräuchten sie eigentlich nicht mehr neue Ligen machen. Arase! Sondern theoretisch eigentlich nur mal schauen, dass sie so ausstocken ein bisschen, weißt du? So die zweite Liga manchmal dazu. Nein, nehmen wir uns ehrlich. War stark. Schon allein von der Entstehung ist das für mich eher der Anwärter. Die Bay. Beginnen vom Fallrückzieher, Alter. Boah, Alter! Und wir rein dieses Tor ein als Anwärter, würde ich mal sagen. Wobei, da würde ich gerne die Kamera sehen, Alter. Ob die wirklich drinnen war. Ja, ich auch. Aber was will der Bundesliga-Senator machen? Ja. Ja, jetzt kannst du nichts machen. Ja, jetzt kannst du nichts machen. Oula. 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 erst da siehst du dich mal sagen du bist du das ist das vielleicht da ist ein kauf von mir ein guter für mich der auffälligste auch hier bei sorthemden der ist auch neu die saison nein, das ist gut schon gesagt, einfach anbar aber nicht starten oder hat auch starten gespielt 5 der assisten 5 der assiste oder 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 verstehst du wieder am ball kommen wieder zum ball wieder dabei zurückkommen oder wieder so lucky